wieso findest du das entfordert war das genauso wichtig dann schaue es dir wie aus dem gesicht geschnitten meinst du mal so schön rot anläuft ja hab sie gefunden alles gut sie ist geselle perfekt was kostet du lebt wohl ich liebe so 50 hochkommt das ist das problem dazu alles mitnehmen warum das mitnehmen mehr trinke für mich ja alchemy cloud die armen aber aber dich in deinem outfit bewegt aber hier gold hier können sie unsere nicht ach so hier gold hier können was warum gehen wenn der in die lehre ist vergeht sogar zeit übrigens soll der noch länger werden nee er sollte eigentlich so also das ding ist das ich habe mal eine zeit lang hier länger getragen weil ich kann sparen zum spiel hatte bleibt aber beziehungsweise ich möchte ich möchte eigentlich ab hier so ein bisschen länger haben so ein bisschen so minimal oder hat noch gepflegt ausschaut die stecks vom game gar nichts also es gibt heute leute noch leute die 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 kommen ja okay das wiederum ist schwierig bis gleich so was wollen wir jetzt machen wir wollten die zweite quest vom dings machen von der gilde ist es einfach nur damit wir endlich in der universität nach oben können ins oberste stockwerk denn da steht soweit ich weiß der einzige offiziell zugänglich der einzige offiziell zugängliche zauberungs tisch was halt super intelligent ist da muss eine magie ganz hoch kommen um da verzauern zu können das ist eine riesen schwannerei so jetzt wir mal draußen schlafen was geschlafen zeit morgens voraus alles mal gut ich wünsche was na klar schön schön dass da warst erholt ich gut und dann auch wieder morgen früh raus was da ist es wunderschön ich liebe ich liebe auch blöbel der schmachtet uns auch nicht ich sehe es bis hier ah wo krache wieso weshalb aber hart also schlaf schon mein guter ich wünsche dir was ich habe ich jetzt die sehne bekommen ich hab's nicht getötet du trägst sich joe packt mir nicht ach ich besser also schlaf schon ruhig gut ja schon wieder ob levin tor holy shit die stehen halt überall man bekommt ja aus jedem ob levin tor einen von den seelen stein die man nur ein von ihnen von den steinen die man zum verzauern nehmen kann ich habe gleich was macht unsere hier wo zur hölle ist ja irgendwo hier so was macht der magie absorbieren oder magiker oh what wait das ist ja voll gut wir könnten ja eigentlich unser 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 schwert unser katana mit magiker absorbieren wird zaubern um instabiert zu zaubern das ist ja voll gut macht ja voll viel sinn die 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 da da aber auch ich bin bei wolf weiter ist bist du nicht ein lied von pitbull oder so ich bin dann auch wieder muss auch um vier aus nächste woche habe ich spätschicht da kann ich länger ich wünsche dir was schön das kurz da was damit freut und ich schlaf schön und wir morgen viel spaß und jubel ihr geht die folie und beende also hau nicht weg hier noch ein kleiner blitz von hinten du bist gar kein wolf du bist ein hund ich habe den hund von jemanden getötet haben wir keine beweisung ich erinnere mich an diese beknackte was war das für eine weihnachtswerbung stehen die jäger im wald zieht ein hirsch schießt drauf sieht noch ein hirsch schießt noch mal drauf ich sag vier fünf hirsche daran leckner zum tag war sie raus und sieht das ist das die vom 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 schlitten gespannt sind war der schlitten vorbei hat immerhin hast du eine seele es ist das ist wie dark souls die hauen den hund um und bekommen seine seele oh mein gott aber bist du denn ich habe keinen schwarzen seelenstein oder ich habe keinen schwarzen seelenstein und der azuras stern ist glaube ich nicht für schwarze seelen also für menschliche seelen und sowas geeignet wir müssen ernst nehmen das war eine eine ernst nehmende persönlichkeit vor uns ja perfekt so was beim leben noch viel sind auf jeden fall irgendwelche ich hole mir drücke und liegt zeug sind auf jeden fall irgendwelche sachen die auf habe ich skalieren oder sowas gab es ja in kassel wegen der symphony of the night gab es ja die die walker armor oder sowas oder sowas du denn bist du schon wieder eine sau dies nicht eine moore eine mär eine tete tete eine gute eine hit eine hot eine bitte drehen wir deinem buddy zu ist ja schon je nachdem wie man auf geht hat man quasi mehr damage gemacht oder der rüstung bekommen irgendwie sowas und es gab es noch eine vorlacht vier ne wegas gab es auch juli erkennst du dich aus in irgendein vor Ort gab es auch irgendein nicht Spell sondern irgendwas wo man je nachdem wie viele Orte man freigeschalten hat oder irgendwie sowas irgendeinen Bonus bekommen hat beziehungsweise auf level 50 oder level 30 gab es die Fertigkeit dass man alle Orte freischaltet das das gab es auch das weiß ich wo muss ich hin ja genau genau andersrum ne nicht bin ich fast schon sicher willst du mir jetzt abschneibern ich bin mir nicht sicher mein freund aber ich ich habe ein bisschen bedenken aufgrund deiner taktik ich 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 glaube das ist nicht gut was du machst bin mir nicht sicher ob das so gut war ach ich habe den Bogen aufgenommen wollte ich nicht schlauze ein Zwergenpfeil so klein war der doch gar nicht da greift mich an der wie wo was rum äh oh bzzt 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 thank you alles gut ein wunderschöner so da hat sich meine Stimme ein bisschen überschlagen ein wunderschöner guten Abend und danke für den Raid hi ihr lieben wie geht's euch wie geht's euch wie geht's euch was habt ihr gemacht ähh stößerchen und an den mitgeradeten einen wunderschönen ich bin der Schmelinger oder Smelly besser gesagt na das sagen wir mal so es gibt Zeug ich bin der Herr der Simulatoren ihr Lieben ihr Lieben wo ist er hingeflogen ich kenne den alten Flugsimulator noch von meinem Vater der daheim im Büro unten im Keller eingerichtet und hatte man durfte ich ab und zu rumfliegen erstmal super es hat mir Spaß gemacht ich habe zwar nie was zustande bekommen aber es war wunderschön Kindheitserinnerung ähm genau also ich bin das Many High wir spielen heute ein bisschen Oblivion beziehungsweise zweimal in der Woche Oblivion momentan eins meiner absoluten Lieblingspiele was was Elder Scrolls Roleplay oder Rollenspiele oder sowas angeht das ist wunderschön ich lieb das wer sich kennt hört sich an oder holt sich direkt es ist ah ist aber schön so viel unnützes Zeug Rundflug am Rhein Köln Düsseldorf 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 und da noch eine Wasserlandung rein sind die in dem Simulator sind die wirklich detailliert die Städte oder sind die quasi ja man fliegt halt drüber und hat halt einfach eine Stadt unter sich sowas hätte ich mir als Bus Simulator mega gewünscht dass man Großstädte dass die wirklich detailliert programmiert worden sind gibt es aber leider nicht Bing halt mein besser war schlechter noch nie Pass auf sowas wünsche ich mir nach wie vor hat wir irgendwo mit bestimmten brechen wir ex ist am Arsch so mein Freund es gibt 100 Prozent nachgebauter Gebäude aber so halt wo ein Haus ist ist es auch ein Haus welches halbwegs so aussehen könnte wie es echt aussieht ja das kannst du aus Google Maps rausrennen ne ich habe nur gemeint also wie gesagt ich habe damals gemeint in den USA ist es top da kenne ich mich aber nicht aus ich hätte eben so gedacht ich bin in München aufgewachsen das war schon mal als Bus Simulator sowas durch München durchfährt und man so quasi seine Hut abfahren kann das hätte ich so gefeiert aber es ist halt noch viel zu große Programmierungsaufwand das ist mir schon hart bewusst aber generell kann man Orte definitiv erkennen auch kleine Dörfer okay ja auch von oben da möchte er schon bei meinem Nachbarn und irgendwie durch 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 der Himmel ist auch so wunderschön wir bleiben beim Nachbarn durchs Wohnzimmer Fenster durchschauen das ist das muss schon drin sein beim guten spiel apropos guten spiel kannst mich mal noch hoch lassen bitte in die Richtung auf jeden fall nicht dann kauft ihr OMSI 2 und die Add-ons weiß ich nicht ob das wirklich so ist es kann sein dass ich OMSI schon habe und da ein bisschen enttäuscht war weil mehr versprochen worden ist wurde ich wurde ich wurde ausgeraubt ausgeraubt misshandelt einfach liegen gelassen es gibt einen Bus Simulator für Berlin aber noch im Aufbau Berlin was juckt mich denn Berlin da also in Berlin möchte ich auch im real life nicht sein warum sollte ich da im spiel drin sein nene nen 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 Hallöchen beginion los sage jetzt nichts falsches mir lieber lustig ein wunderschön, also ich meiner Meinung nach kann ich gar nichts Falsches sagen über Berlin es gibt einfach nichts richtig jetzt schon kommt die kugel nicht mehr ich weiß ja so berlin ist das unbedingt die stadt wo die ich jetzt ich finde es überhaupt nennen wir es mal so aber ich persönlich bin auch kein fan von hamburg wo denn bist du denn am arsch mein klasse zwergerüstung mein freund das ist was und deutsch ich bin ein bisschen entsetzt warum machst du dann lieb neun bogen die wiegt herr 40 der popp ich wieder so voll ich komme aus berlin das vorsicht ja und heißt ja nicht dass ich was gegen dich habe nicht was gegen berlin sagt ich sage hier nur das wie gesagt also ich finde berlin oberhalb wenn jemand sagt wo ich war es wieder nach berlin berlin sogar so schön denke mir ja wenn du im touristen viertel in der innenstadt bist beziehungsweise um hier um das politiker zentrum rum dann ja aber mir geht es ja eher um um die um die slums um die outbacks verstehen sie und eher nachdem beurteile ich eine stadt sage ich mal wien zum beispiel wien wart ihr wien mal außerhalb der der tourismusgebiete das ist das ist schlimm holy shit das tue ich alles überstehen oder zum beispiel zum beispiel in hamburg war in hamburg meine frau und ich und haben eine stadtrundfahrt gemacht eine stadtrundfahrt gemacht mit so mit so einem doppeldecker bus wo man eigentlich denkt man fährt so durch die durch die gegenden so richtig geil und so und sind dann an dem an dem willen viertel bei gefahren wo es kreisert hier die willen kosten alle so vier fünf millionen direkt am am um wasser ich denke mir so keule schau dir mal die fassade an ist vom salz komplett runter gesippt also wirklich die ganze struktur von außen komplett versalzen und runter runtergegammelt und denkst du in welcher welt würde ich hier wohnen wollen ne und weiß ich und auch die auch die auch die philharmonie ne schaut halt einfach aus wie aus dem 14 jahrhundert ne wenn er piraten dagegen geschossen hätten ne also wenn 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 du wieder auf streife bist in in Sea of Thieves ne so schaut das ding aus also weiß ich nicht über geschmack lässt sich ja streiten aber das wuuh kiste mein ihr ne was bist du denn gegen die schlammgraber gekämpft uhhh sexuell so aber die packen wir erst wieder weg na 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 ja na 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 Für den König. Für den. Na? Für den König? Na? Wir kriegen das hin, keine Sorge. Ne, ne, ich nehme mir für solche Sachen nicht mal viel zu viel Zeit. Keine Sorge, ne, ne, das ist überhaupt nicht so. Ich. Hallo? So. 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 Wie? Ich tötete. Mufasa. Was? Freunde besuchen, das ist top, aber länger als 3-4 Tage mag ich da auch nicht sein. Verstehe ich. Verstehe ich, absolut. Aber generell, ich bin halt auch kein Stadtmensch. Ich bin überhaupt kein Stadtmensch. Ich kann es nicht in der Stadt sein. Es ist nicht meine Welt. Ich pack das nicht. Auch bei uns hier in München. Also bei uns in München. München ist bei uns, von uns aus, die nächste größere Stadt. Oder die nächste Großstadt. Und auch da, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich wegen dem Olivenöl zum Kunden fahren muss oder sowas nach München. Ich bin so froh, wenn ich wieder raus bin. Es ist, äh. Okay, wait. Wir sind immer komplett überladen. Ähm. Belastung. Aber sofort. Wir sind komplett überladen. Ich bin so froh, wenn ich, wenn ich wieder raus bin. Weil es ist einfach. Schluss mit euch. Nicht schön. Es, es macht einfach keinen Spaß. Auf jeden Fall. So. Also. Ich, ich, ich könnte das nicht mehr. Ich bin zwar im München aufgewachsen. Alles drum und dran. Schule gegangen. Freunde. Blablub. Aber es ist. Nee. Nee. Also, wenn, 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 wenn dir jemand gerade. Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? Die Schnauze. Tja, was? Ähm. Da muss ich mal kurz niesen. So. Ähm. Wenn jemand da ist. Das ist viel. Was? Der in der Stadt wohnt. Und auch gerne in der Stadt wohnt. Aber mit die Vorteile, warum man gerne in der Stadt wohnt. Was hätte ich böse Ding getan? Ah. Nicht am Tattoo-Kratzen. Böses Ding. Böses Angel. Hör auf. Auf ins Juckt. Du musst es durchstehen. Du armes Ding. In dem Fall. Ähm. Isa, grüß dich. Soll ich das beantworten? Ja klar. Immer gern. Immer gern. Immer gern. Hau einfach raus. Ich würde gern wissen, warum er in der Stadt wohnen möchte. Nein. Es interessiert mich einfach noch. Und Schriftrollen haben wir generell einfach aus Prinzip weg. Auch wenn der sich so viel Geld bringt. Seelensteine behalten wir natürlich. Ist logisch. So. Num 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 num. Haben wir noch? Soll ich das? Ah. Was wiegt denn hier schon wieder so viel? Okay. Okay. Ich habe es verstanden. Lalalalalala. Du dein. Ne. Wie war es nicht. Wait. Wollten wir damit nicht? Ne. Das ist nicht unser Heeler. Unser Heeler Zeug. Also wie gesagt. Einfach raus damit. Allein du brauchst nicht ewig in die Geschäfte. Brauchst du auf dem Land auch nicht. Das ist ja auch so ein Irrglaube. Ne. Wie lange brauchst du in der Stadt ein Geschäft? Du fährst in die Innenstadt. Meistens. Wie lange brauchst du da hin? Viertelstunde? Zwanzig Minuten? Wenn es blöd kommt. Halbe Stunde? Ich brauche von hier im Auto zehn Minuten. Ach. Schnelle Lädchen auch mal kurz eben. Wenn du etwas vergessen hast. Das ist Geschäfte die noch existieren. Das alleine. Wieso Geschäfte die existieren? Hm? Ich. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Das ist nämlich auch so ein Ding, was ich immer die Befürchtung habe. Ist, dass Leute in der Stadt wirklich denken, dass auf dem Land halt nichts existiert. Das ist ja nicht so. Also das ist ja ein Irrglaube. Daran habt ihr viel Gold. Das möchte ich auch hoffen, meine Gute. Hase, grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend. Na du? Wir müssen das Bier verkaufen. Es liegt so viel. Ah. Zack. Zack. Ich gehe mal kurz hier ein bisschen braun. Danke. Ich liebe meine Stadt. Wenn keiner Granaden nach mir wirft, fühle ich mich unwohl. Ich wohne in Berlin. Isa, wir haben nichts gesagt vorhin. Gut, dass du dich da warst. Oh, grüß dich. Hi. Ich habe, glaube ich, schon Hi gesagt zu dir, weil ich es vergessen habe. Sorry. Bin schneller unter Leuten. Hab mehr Ausfall. Und ich brauche hier kein Auto mehr. Sondern fahre halt nur noch mit der Bahn. Also das ist auch so ein Ding. Ich kann nicht mit der Bahn fahren. Das geht mir komplett auf die Nieren. Also ich kriege, wenn ich in der S-Bahn stehe in München, ich kriege einfach gefühlt Platzangst. Ich weiß es nicht. Also ich fühle mich da so mega unwohl. Nee, das ist... Oh. Schwierig. Schwierig Staub. Ich denke jetzt. Koboldgalle. Na, Dreifelt wollen wir nicht. Oh so. So. Ähm. Du brauchst für Großeinkäufe wie Ikea nur das Auto. Ansonsten brauchst du kein Auto. So, ja, da oben. No, 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 no. Du brauchst für Großeinkäufe wie Ikea nur das Auto. Ja, aber das Ding ist das, du hast dann in München ein Auto. Ja, du hast ein Auto in München, wo du sagst, egal, ich brauchst, zahlst Steuern dafür, zahlst Versicherung dafür. Du musst dir mega schwer mit dem Parkplatz. Obwohl du es gar nicht brauchst. Das Argument beißt sich, verstehst du? Du zahlst dafür, hast du noch Stand, äh, Standstellen, äh, Standstellen, die ZÖP, weil du es halt nicht. Bewegt, das ist bei Maschinen ganz normal. Also, wenn die nicht bewegt werden, dann, ähm, kriegen die halt einfach Macken. Na. Und. Nettfleisch. Hm. Oh, aber. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab auf dem Land gelebt und will nie wieder dahin zurück. Warum? In Dresden. Die Lage der Ort, die Aktionen, die Events, sowas. Also, wie gesagt, Ikea zum Beispiel bei uns hier, ähm, nähe München gibt's einen Ikea, ne? Der liegt im Brunntal. Das ist... Münchner Land. Ich glaub, Münchner Land mittlerweile. Ja. Müsste Münchner Land sein. Ist von mir hier auch eine Viertelstunde entfernt. Deswegen. Ich bin auch gerne mit dem Auto unterwegs, aber ganz ehrlich, in Amsterdam willst du nicht parken in der Innenstadt wegen Breis. Ja, in der Innenstadt eh nicht. Na. Also, in der Innenstadt willst du auch generell nirgends parken. Und das... Ganz ruhig, meine Gute. Und das ist ja auch der Sinn dahinter, unter anderem ein wenig. Ähm, dass nur wirklich... Und das ist ein echtes Schnäppchen. Und Krankheit heilen, behalten wir aber. Und das ist ein echtes Schnäppchen. Ähm, dass wirklich nur die parken, die halt auch wirklich, ähm... Eine Notwendigkeit drin sehen. Na. Um die Innenstadt halt von der... Von der... Von der... Vom Verkehr ein bisschen zu entlasten. Und die haben Geld zu verdienen. Sehr klar. Habt Dank. Habt auf Wiedersehen. So schaut's aus. In Dresden fährt man nur auf Ketten. Hahahaha. 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 Ihr kennt ja beide sich. Ich kann dir sagen, Kleinstadt. Ähm, die Park... Äh, die Parkpreise sind heftig. Die Geschäfte verschwinden nach und nach. Dafür steigen die Parkkosten. Und da gibt's bei uns hier unsere wunderschöne City. Das kostet zwar ein bisschen, im Endeffekt eine Stunde, aber weniger. Und du hast alle Geschäfte. Ja, aber das liegt ja nicht daran, dass die Geschäfte auf dem Land sind, dass sie verschwinden. Das liegt einfach am, ähm, am Onlinehandel, dass die verschwinden. Ja. Ja. Und, ähm, in der Stadt verschwinden die ja auch, außer die großen Ketten. Ja. Und Nischengeschäfte. Ähm, weil in der Stadt einfach die, 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 die Mietpreise unter anderem einfach so extrem hoch sind, Und, dass ich die, ähm, auch aufgrund der aktuellen Lage, Immobilienpreise, blablablau, Ja. Ähm, dass ich das einfach kein Schwein mehr leisten kann. Oh. Hui. Ich mein, ähm, wir haben zum Beispiel, äh, wer war das? Am Stachus? Ich mein, jetzt, 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 jetzt muss ich kurz nachgucken. Jetzt muss ich kurz nachgucken, wer genau das ist. Ähm, am Stachus gibt's ein Klamottengeschäft. Ich glaub, der Hirmer. Ich glaub, Hirmer ist das. Ähm, München. Stachus, Hirmer? Hirmer, genau. Hirmer ist, glaub ich, so, ähm, ist ein, ist ein, ist ein Klamottengeschäft. Ich glaub, eher Männerausstattung oder sowas, ne? Ähm, bei dem ist es so, der hat auch mehrere Filialen. Und der hat, die Filiale am Stachus ist die beste, also die, vom, 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 vom Umsatz her. Und, ähm, die machen eine Mischkalkulation, so. Das, was der Hirmer am Stachus einnimmt, ähm, ist hauptsächlich dafür, um die anderen von, von der Miete her zu zahlen und so ein Schmarrn. Also, also, Komplett behindert. Könnte ich jetzt von uns aus nicht sagen. Ich mag den Stress mit den anderen Menschen, bin kontaktfreundlich. Ja, das ist... Aber das, das ist dann sehr, sehr unterschiedlich. Also, ähm, in Kleinstadt. Bei uns in, 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 in Holzkirchen zum Beispiel. Ne? Äh, Holzkirchen ist, von der Größe her, von der Größe her, Markt. Ne? Ähm, also, ich glaube, so, ich glaube, Markt geht bis, warte, Markt darf kein eigenes Krankenhaus haben, glaube ich. Ähm, aber bis, 15.000 Einwohner? Ich, irgendwie sowas. Ich schau mal schon nach. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020